hey ho eine apc ceuc ukulele das heißt es ist eine konzert ukulele aus massiven eukalyptus holz das ist der kram den man die bonbons normalerweise macht ja mal gucken ob sie auch klingt wie ein bonbon hübsche sie auf jeden fall wie gesagt eine konzert ukulele massive decke massiver rücken und ein hals aus eukalyptus holz ja sie hat wie alle konzert ukulelen und die meisten sagen wir 14 bünde bis zum corpus insgesamt 18 und dann lassen wir das gerät mal bimmeln drauf sind wenn ich mich nicht ganz täusche aquila super neilgut seiten so 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 hey ja so 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 so